Badenova ist der Mutterkonzern und geliedert sich auf unter mehreren Töchtern. Energie- und Umweltdienstleister hier in der Region im Südbaden. Mein Name ist Stefan Eckstein, ich bin hier der Leiter vom Gebäudemanagement. Der Badenova BN Netze. Hier wurde damals vor 15 Jahren ungefähr überall zurück Projektionsleinwände eingebaut, die natürlich jetzt mit Jahren gekommen sind, von der Bildqualität her auch zu wünschen übrig lassen. Und da haben wir uns dann beraten lassen von der Firma KonferenzraumTV. Mein Name ist Mike Wohlbecker, ich bin Inhaber der Firma KonferenzraumTV. Durch die starke Frequenz des Raumes war es für uns wichtig, ein System zu installieren, mit kurzen Installationszeiten, da der Raum sehr häufig gebucht wurde. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen, insbesondere bei Auflösung und Lichtleistung, mussten wir hier eine neue Lösung suchen. Mit dem FATQ-130 von Optoma können wir alle Anforderungen in diesem Raum erfüllen. Letztendlich fiel unsere Entscheidung ganz klar zu Optoma. Die Installation hat um die sechs Stunden gedauert und die komplette Installation wurde mit zwei Personen durchgeführt. Mein Name ist Ashraf Rahimi und ich bin Marketingmanager bei Optoma Deutschland GmbH. Und mit dem FATQ-130 könnte man das realisieren, dass wir beim Tageslicht wunderbare Resultate präsentieren können. Von der Firma Optoma sind wir sehr zufrieden und die Leinwand, die wir jetzt haben, die ist sehr gut. Wir sprechen bereits heute über neue Installationen hier auf dem Gelände. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit der Firma Vagnoba und der Optoma. Sehr gut. Vielen Dank.